So, die Leute, da sind wir wieder mit unserer Sexy Kassandra. Wir haben zwei längere Zeit Spielboss eingelegt, aber schauen wir mal, was wir da auf der Agenten haben. Okay. Dann das, diese Malepress. Ah, was haben wir denn alles Schönes hier? Fotos. Alle Fotos? Ne, warte mal. Meine Fotos. Foto, Foto. Ne? Ah, okay. So. Dann markieren wir uns gleich was Schönes. Ein Quästertl. So. Unsere Kassandra hat, ne? Das ist schon was Besonderes. So. Hoppala. Äh, scho, scho. So. Warte mal, wo ist denn das Ziel? Da. Geh mit Gott. So, nein. Äh. Ein Grab von, äh. Alcados. Okay. Mh. Fähigkeiten, haben wir da irgendwas? Na? Passivfähigkeiten, warte mal. Okay, jetzt kreist mit Feuer an wie, äh, wie Romane. Die Effekt, äh, die, äh, die von Feuer erhöht sich um 25 Prozent. So. Na, brauchen wir nicht. Ah, okay. Mal ein Icarus anstarten. Komm, mein Vogel. Sag, wo, 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 wo guter Loot ist. So. So, ist guter Loot. Da, da, da. Ah, das ist wieder zu weit weg. Was ist denn da los, Icarus? Das ist ja wie Popcorn wieder, ne? Hm. Okay. Icarus. Haben wir's jetzt, ne? Na? Nicht ganz, ne? Ich wollte wissen, was in der Hülle ist. Okay, geh mal rein. Let's go. So, da, ab, ab. Antike Stelle finden. Okay. Ja, wer bist denn du? Was, wie Muschi? Bist schon ein Beverser. Da. Tutu, tutu. Tuti, tuti. Muti, guti. Ich glaube, es ist ein schönes. Was? Was ist? Was, was gesagt? Stehlen. Ah. Warte, was? Ah, danke jetzt lang. Danke. Bin's alleine raus. Stehlen. So. Scheide, der Sandika-Sander, der Terminator. Was ist denn da? Stehlen. Alles, stehlen. Nein. Wurzeln. Können wir die anzünden? So. Ne. Funktioniert nicht so richtig. Okay. So. Schaut nachher Falle aus, oder? Hoppala. Ich habe lange eben gewusst, da kommt was, ne? Hast du das gesehen? Boom. Da ist wieder was. Okay. Aha. Hoppala. Los, Kassandra. Flieg und Sieg. Nein. Suchen. Kassandra, sind wir mal an das Feuerschälchen da? So. Ein bisschen Licht haben in der Bude. Das kann ich nicht anzünden, oder so, ne? Na. Funktioniert nicht. Okay. Coco, Kassandra. Ja. Kommt da was? Kommt hier eine Schlange, oder so, ne? Oder? Okay. Schaut so noch Löcher aus. Oder mal. Alle? Nein. Okay. So. Ich will den Fähigkeitspunkt haben. So. Nicht zu schnell laufen, weil es sind ja Schlangen hier anscheinend. Das schaut verdächtig aus. Jawohl. Haben wir da schon einen Eingang, Geheimeingang gefunden. Tinten wir das Schälchen an. So. Hier ist nichts. Okay. Da haben wir was gefunden. Na? Ja, auftragen, polieren, auftragen, polieren. Jawohl. An dicke Stelle gefunden. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt gekriegt, oder? Ja, sicher. Cool. Warte mal. Da hinten ist der eine Dingsstelle. Müssen wir merken. Müssen wir wieder zurücklaufen. Schlangen. Keine Schlangen, oder? Also. Ah, ja, 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 ja. So ein kleines Stück. Gibt es noch irgendwas gehört? Okay. Oh. Kopfhacken. Was? Kopfhacken? Kopenhagen. Kopfhacken. Ich habe Fragen. Äh, ha? Kassandra macht das. Wer bist denn du? Loot, loot. Tut gut. Gut. Okay. Da waren wir schon. Ist das ein Fackelnehmer, ne? Okay. So. Da kann man nix machen. Okay. Ja. Ah, cool. Er sitzt da einfach mal bequem. Aber da vorne ist ja eine Schlange. Ich habe dich gesehen. Ah, da ist die Abkürzung. Ach, der Weg ist versperrt. Nicht, nicht mehr lange. Denn ich bin Eamon. Jira. Jira. So. Hier, da kommen wir zurück. Warte mal. Das ist kürzer, oder? Wenn man da runter geht. Da war ja irgendwo eine Stelle. Ah. Ah. Juh, 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 juh. Aua. Bist du narrig. Du garstiges Ding, du. Ah. Ah. Was haben wir da drin? Weg hier. So. So. Schönes Ding. Okay. Haben wir jetzt soweit alles abgelootert. Warte mal. Die Karte kann man nicht schab, aber... Aha, okay. So, dann haben wir das auch schon erledigt, ne? Ja, auch nicht schlecht, ne? Jetzt haben wir wieder einen Fähigkeitspunkt gekriegt, ne? Zündeln? Geht nicht. Mag nicht so richtig brennen, das Volk sind. Ah, jetzt. So. Das ist ja anstrengend, ne? Du säufst immer da. Ja. Ah, oh. So. Gestohlen. Gestohlen. Ja, genau. Ling, Ling. Nehmen wir den kompletten Tempel aus, oder? So. So, Herr Schreiberling. Dingeling. Guck mal mit. Können wir das gar nicht noch? Irgendwas blauch. Hoppala. Was hast du denn da geschrieben? Was geschrieben hat er über mich? Okay. Sehr gut gemacht. So. Ich schau, ein Schwein, derler hat da, hm? Das ist eine Sparbüchsen. Miep, miep. So. Schauen wir mal, was wir da jetzt gekriegt haben. Alles schönes. Hm. Waffen haben wir gekriegt. Kopfhaken, Schwert. Episches. Okay. Das kann man zulegen. Ah, wir haben schon wieder gute Dings. Materialien bekommen. Sehe ich gerade. Das gefällt mir natürlich sehr. Hm. Fähigkeiten. So. Ja, was nimmt man denn? Aber da mache ich das Feuer. Ich weiß nicht, oder? Feuerschaden. Ist das flammender Angriff? Okay. Was ist denn das da? Hochleistungsangriff. Okay, das braucht drei Punkte. Boah. Aber ich will der Dings, ne? Das klingt auch geil, ne? So. Ich glaube, ich werde... Was nennt man denn jetzt überhaupt? Keine Ahnung. Hm. Ja, ich will eigentlich, dass er schleichen. So. Ich bin schon richtiger Schleicher, ne? Nächsten Fähigkeitpunkt kriegen wir eh Bart. Das ist mal ein Level 15, äh, 17 Bart. So. Was haben wir jetzt dafür gewusst? Ich weiß nicht, warte mal. Blitt hier. Also, ich muss mal den Tempel, warte. Hallo? Ne. Da fahrt das Auto vorbei bei mir, ne? Das passt voll rein. Super, ne? Ja. Wer ist da für? Boah. Ach du Scheiße. Da müssten wir auch so viel abarbeiten. jetzt müssen wir nachmachen wo ist denn der tempel da oben einen schatz müssen wir blüten ok und zeigst du hin wieder nach wie der russ ist ja schön gut aber ich will da hin viel wachen sind gar nicht okay doch ein paar mir als gedacht fliege mal runde drüber flieg und sieg na so sagen wir netzer sind dahinten was wieder eine kiste ich glaube das war es noch so und jetzt machen wir schön finster finster schlafe schlafe und da mischen wir auch auf die Bude das Militärding komm her, komm her, komm her ganz ruhig digga kommst du mit ins Gebüsch, jetzt bist du gebimst gut so schön geld klauen so rede mit mir genau ich schaue besser mal nach komm her komm her komm her weg sie, komm her ich verhalte dich im Auge ich dich auch hoppla Nee, geh weg. So einfach kommst du nicht davon. Rika, siehst du doch. Bist du mir da? Ein Foto ist er. Komm her. Das hat nicht so richtig funktioniert, verdammt. Was ist denn hier? Alter. Ist jetzt einkaufbar. Oh so, die muss ich mir mitnehmen. Komm mit einmal. So. Wo packen wir dich hin? Da hinten wird dich keiner finden, ne? So. Jetzt mischen wir komplett auf, oder? So, zack. Eiskalt. Komm. Zap, zap. Na. Die kassandra ist schwer umschöpfen Wir hören uns komische geräuschen das geräusch das weiß ich noch nicht was es bedeutet Militärischer tempel ok So da hinten aber noch was Wo war das? Ah hier Aufheben Hoppala so Ok kassandra ist immer aufgemischt und wir schauen mal auf die Karte So Ich will da gar nicht angreifen eigentlich Spatal So Aha Verteidiger Herausforderung schwer Mit zwei soll ich nicht sagen oder mit zwei So Wenn es das schon anbietet Schauen wir mal So Schaut bei der Schlacht So So Wir brauchen ein bisschen EXP So Aber vorher können wir noch das aneinander nehmen So 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 Weggemacht So was machen So So Fliegel sick Sieg Achja Schwer mal arbeiten Das ist ja Was ist denn der? Okay. Sehr gut. Okay. Der hat sich verramt, ne? Hoppala. Schön, rein da. So. Okay. Schönes Ding. Nimm ihn mit. Aber okay. Hoppala. Wieder schön entsorgen. Da, 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 da. Ah, fuck, das brauchen wir. So. So, komm mal. Jetzt geht's schon leichter, ne? Das mit dem Angreifen und so. Warte mal, den killen wir gleich. Scheiße, da waren ja zwei auf einmal. Okay. Sind ineinander gestanden, die Typen. Mit mir kannst du noch recht sein. So. Gut sieg, gut sieg. So, ich weiß, misch jetzt aus. Da ist noch einer. Ja, so weit haben wir wieder aufgemischt, ne? Ich finde die richtig gut. Wollen wir jetzt in der letzten Zeit, ne? So. Und. Dann machen wir einen Verklemmenstuhl. Ach, falsch. Der Verklemmenstuhl. Wo ist denn das? Hoppala. Ah. Hier etwas. Nee, nee, nee. Da oben. Die kommen da rein. Ja, da kommt ein Gebein. So. Da kommen wir rein. So. Einmal ein Schild. Bitte. Ach. Ja, verdammt. Kasandra, was machst du denn? Wie läuft die Sachen? Verdammt, das gute Leder. Ja. Lack und Leder. Ah, einmal Icarus. So. Ich glaube, das haben wir jetzt auseinandergenommen, das Dorf, ne? Jo. So aus, ne? Oder? Warte mal. Hä? Das wäre ein Geier. Was ist denn so ein Geier? Okay. Hoppala. Ja, such. Wie groß? Wie ist denn alles schon blind? Na, was ist denn da? Da war was. Ja, und Passanten wahrscheinlich. Zivilisten. Ja, demarkieren wir uns. Wenn der... Opa. Opa, na. Kasandra, du machst das Sachen wieder. Was ist mit dir? Hm, ne? Auf wen wartest du? Du bist free. Geh, geh. Ach ja. Der will nicht. So, wir gehen jetzt da nachher. Was macht man denn jetzt da? Das wollten wir machen, oder? In die Schlacht. Na? Und das hinkriegt? Na, was? Und entdeckte Anführer? Wie? Was? Na, ich weiß. Wie Как銘ás? Fad mal. Eh? Wie? Wie ist das? Ich weiß. Ja, was ist da? Schnellreise. Hör mal. Nachtverteidler. Müsst man auch immer rein? Verteidigungsarmee. Spür. Nur mehr sagen, oder? Nein, ich bin raus. Ich brauche mal rein. Ist ja wurscht. So. Oh ja. In der Hoffnung, dass es noch leichter wird. So. Haben wir Übersicht? Haben wir jetzt wirklich alle da? Ja. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Also verdammt. Sau. So, ich habe den Schürt. Für Sparta! Komm her da! So, du bist der Power, Alter. Ich hab grad der Power. Der Bockenschützer geht mit dem Arsch, gell? Wunder da runter, Alter. Was ist mit dir? Was ist mit dir da hinten, Alter? Du gehst mit dem Arsch. Und jetzt wirst du sterben. Guck um hier jetzt an. Das ist ja immer verdeckt, Leute. Ich will nicht der Nächste sein. Söldnerin, wenn du Geld brauchst, dann hilf uns in der bevorstehenden Schlacht um spartanisches Territorium. Ich habe anderes zu tun. Lass es dir durch den Kopf gehen. Mein Angebot steht, bis die Schlacht beginnt. Wir haben grad seine Leitung gebraucht, aber wurscht, ne? Er will uns nur Geld geben. Was ist denn das für ein Edi? So. Ach, machen wir einen Blinderparty bei dir. Ich schaue, dass man nicht anrufen kann. Ah, anrufen, ja genau. Anrufen. Und töten kann, ne? Schissene Flammen geht aus, verdammt! Pferdchen. Der Geruch von Frühling liegt in der Luft. Erinnert mich an Sparta. Auf, auf, Sparta. Da war was. Genau gesehen. So. Augen wie ein Luchs, ne? So. Opa, na. Uuuu. Uuruuru. 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 Die seligen Athena scheinen euch einen Schritt voraus zu sein. Sie mögen uns überrascht haben. Doch sie sind unseren mächtigen Kriegern nicht gewachsen. Wirst du dich auf die Gewinnerseite schlagen? So. Na. Der Segen wird der nächsten Folge. Ciao, ciao. So.